Hallo, mein Name ist Erhan Thümer-Wattmann, ich bin der Inhaber. Heute sind wir auf der Eendorfer Straße 83. Wir eröffnen heute unsere neue Eisdiele. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Frau Sivvi, mit unserer besten Freundin Merlin und mit der ehemaligen Mitarbeiterin Astle zusammen. Jetzt möchte ich auch ein bisschen über unsere Sorten erzählen. Wir haben natürlich typisch Eis in Waffeln und Bechern. Alle Sorten sind natürlich da. Und natürlich auch Waffeln mit handgemachten Soßen und natürlich Kaffee und mit kalten Getränken zusammen. Im Innenbereich und im Außenbereich können Sie auch natürlich sitzen, ihr hier findet, finden Sie auch viele Plätze. Wir haben auch Parkmöglichkeiten, das ist das Beste hier daran. Und vergessen Sie bitte nicht, wir vergleichen uns nicht mit den anderen Eisdienen. Wir sind hier in Neumünster, wir sind alle für Neumünster hier und wir freuen uns mega, wenn Sie uns besuchen.